Wer ist Paul Berger wirklich? Einige Leute fragen sich, wer Paul Berger ist. Und es gibt viele Leute, die Paul Berger sind. Das ist verwirrend. Aber wer ist Paul Berger eigentlich wirklich? iCrimax nennt seine Zuschauer Paul Berger. Und sein Zweitkanal heißt auch Paul Berger. Dann gibt es auch noch ein Kind in GTA, das heißt auch Paul Berger. Wenn iCrimax seine Zuschauer Paul Berger nennt, und er das gleiche meint wie bei dem Paul Berger in GTA, dann nennt er seine Zuschauer eigentlich ja Kinder. Also, weil Paul Berger ja in GTA ein Kind ist. Aber wer ist dann der Paul Berger auf dem Profilbild von seinem Zweitkanal? Und warum heißt sein Zweitkanal Kind? Das kann nicht sein. Also ist Paul Berger nur in GTA ein Kind. Ich glaube iCrimax nennt einfach alles Paul Berger. Also ist Paul Berger eigentlich jeder und gleichzeitig niemand. Wer denkt ihr ist Paul Berger wirklich? Abonniert und jetzt tschüss.